Der Militär soll im Norden ein Schutzgebiet haben. Wir müssen nur den Gleisen folgen. Also gut, legen wir los! Folgen wir mal den Gleisen, ne? Den Greisen? Den Gleisen. Ich folge lieber den Greisen. Toll. Also Leute, wir zocken gerade Lefferdät. So, hier mit so ein paar Leuten. Nicht auf mich schiebt. Nein, ich schieße nicht auf dich. So, sterben alle. So, alle tot. Hä? Wir sind alle so sprachlos. Diese Musik. Bei mir ist keine Musik. Kommt alle schnell rein. Ist raus. Leif und ich wissen ja schon was passiert. Oh Monster! Dran, Moni, ne? Zweite Pistola. Oh mein Gott. Hör auf auf mich zu schlagen, Leif! Was passiert? Schokolade! Oh mein Gott! I'm Lee! I can't fly! Wow! Oh mein Gott! Ah, wir haben den Angriff der Schokolade besiegst. Schön. Tja, ich brenne, würde ich sagen. Ja, ich auch. Nicht mehr. So, erstmal ein Schokolade trinken. Oh. Ziemlich heiß hier, ne? Hm. Das liegt an mir ja dann. Ich glaube wir haben keine Schokolade verkauft, oder? Das Geräusch macht nicht. Hier gibt's Medizin! Haltet doch mal an! Ja, wir halten doch an. So, danke. Springladung. Schön. Danke. Oh, leck mich doch. Äh. Er lebt noch. Er lebt noch. Smoker! Wo? Nice. Kann sein, dass wir diese... Light... Äh, hier nach sein. Und da lang. Wo ist der? Wo ist der? Da ist er. Ja, wo ist er? Er ist tot. Boah, ey. Boah, ey. Boah, ey. Boah. Äh. Was soll das? Äh. Nein! Nein! Leute! Danke. Äh. Oh. Drogen. Sag immer was anderes. Sag immer was anderes. Oh nein! 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 Zoe! Sehr schön! Schau mal! Ja, weiter, ne? Ja, weiter, ne? Zoe! So, wir betteln sie, ist weg. Hier ist irgendwas. Ein Jockey, glaube ich. Äh! Das hat mich! Das hat mich! Das hat mich! Das hat mich! Leute! Fröhliche Musik hat mich fast umgebracht. Oh. Ich hör' nur alter Lieber Gänster. Ich hör' nur Schokolade. Und in dem Moment werde ich gerade in der Luft gehalten von dem scheiß Charger. Tja, ich wollte sagen, ich war am Fliegen. Leute, wollt ihr mich verarscht? Ähm. Los, wir leben die anderen wieder. Wie schlimm ist es? Mir ging schon mal besser. Du wirst schon wieder. So, ich hasse mich schnell. Haha, Lifte bist tot. Tja, ich würde sagen, gegen Witches haben wir jetzt verkackt. Ja. Das ist der Witch Hunter. Oh. Smoker. Sterb! Ah. Da liegt irgendwas. Äh, bisschen. Ich hab' mal sagen, geh' immer mal den Weg entlang. Ich hab' noch ne Pipebomb auf Lager, ne? Wohl. Ich hab' noch Boomer-Katze. Wohl. Wir müssen da rein! Wir müssen da rein! Ich deck' mich. Noch nicht die Schützen machen! Ah, ich bin der Schläger. Nein! Nein! Ha! Süßes hektische Club aus. Schokolade! Oliver, du solltest Drummer werden. Genau. Wir müssen da schön drauf hämmern. Ach, die ist ecker. Hallo! Hallo! Hi! Ich hab' jetzt mal alle mit einem Zweiler-Spark-Hill-Bassball-Schläger. Ah! Ziel woanders hin! Leute, hör mal auf, um mich zu schießen. Ja, danke. Wir spielen ja nicht auf leicht. Nee, wir spielen auf normal. Das war ein großer Handlautig. Ja. Auf normal kriegt man Schaden auf leicht nicht. Lade nach! Man sollte so sagen, auf leicht kriegt man einen Schaden durch die Teammitglieder. Ja. Bei normalen Höher, die Hälfte. Lade nach! Oder nur zwei Drittel. Bei normal kriegt man einen Schaden durch die Teammitglieder. Wir sind Cookie Monster. Ich hab' das Fiepen gehört. Im Cookie Monster. Das ist ein Smoker? Oh, da ist ein Charter unten. Smoker! Lade nach! Lade nach! Ja! I believe I can fly. Alter, der Mann richtig gebuggt. Bei mir gab's nur ein Show. War noch am Charging. Kein... Co... Und auch kein Lade. Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Hier sind Waffen! Waffen! Oh! Feuerlarm! Rot! Eutrinalin! Eutrinalin! Wieder weg, Jonas! Da hab ich... Kein eigenes. Ja. Ach, ne. das ist ein smoker der hat mich bitte papier scheiße ja ein moment ich höre gerade richtig bemerkt es bringt mich um doch aber erst mal okay aus fest ausstattungsfähig das war eine Pipebomb zum anderen auch nicht darauf aber auch weil ich habe noch eine über solch jahre mal irgendwo hin hier Hier hinten Schokolade? Hier ist die Pipebomb, wir haben die Ecke Ja Schokolade? Tank! Und Schatter Großer Boah, großer Tank War kein Tank, früher Schatter Ja Fuck, er kommt zu mir Schatter Ja, jetzt kommt er zu mir Aha So, er ist down So, er hat mich mal Wie ist Lave-Tail gekommen? Keine Ahnung Hunter, 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 Hunter Oh Okay Wo ist denn der Block? Oma Oha Wo sind wir lang? Hier vielleicht? Ja, gutmöglich Ich Wollte mal wieder Muni Nee, da haben wir eine Pipebomb rein Roman, ich wollte nicht mehr zu haben Waffe Waffe, weg mich noch Null Miko Hitler Ich höre in Hitler Okay, manchmal ist das Hitler Ah, ihr habt Hitler aufgeschreckt Miko Miko, sterb Miko Ja, Miko Ja, Miko's hoch Nein, nein, nein Moni-Time Fail Will ich die Titel machen? Was ist das Prinzip jetzt? Echt? Ich weiß nicht Ich schon 1 Gott Ah, lecker. Ich hoffe, dieser Durchgang führt irgendwo hin. positiv der pfeifer positiv jungs schokolade 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 schwarz 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 Ah! F*** euch! Ich will hier weg! So, geht doch. Ah, scheiße. Oh! 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 Scheiße, er warnt er mir her. Oh, ich werse mich mal. Von dem Gebäude aus kommen wir zu den Gleisen. Ah! Er hat's gemeint, er war Tür zu machen. Oh! Hang! Fick mich! Er zieht den mal irgendwie hoch. Ich würde sagen, ich stecke ziemlich in der Ecke. Ich stecke ziemlich in der Klemme, ne? Ja. Ja, so sind es doch. Hey, 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 hey! Geh, hey, 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 hey! Ich hab keine Ahnung, ob ich damit Copyright die Gleise und die Gleise sind. Ah! Meine M16! Meine Geh, die M16! Da bist du ja wieder. Schöne Plastik, guck mal! Ja! Oh, le Adub! Das war's Kawabonga! Kawabonga! Nein! Er hat mich! Leute! Händen wir! Leute! Nimm's weg! Nimm's weg! Schokolade! Ich hab mir nicht gezeigt, jetzt zu lachen. Ich hab ihn jetzt liegen lassen. Ja! Nötig aber! Es war nicht nötig, aber danke! Ja, Adrenalin! Miko! Los, wir müssen Miko töten! Sterb Miko! Brenn' ich weg, Miko! Du stirbst gern! Das ist Hitler! Das ist Hitler! Das ist Hitler! Miko ist tot! Schon wieder! Das müsstest du noch mit Putin und so geben! Diktatorisch! Meint! Okay! Schokolade! 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 Scheiße! Scheiße! Ja, ja, ja! Ja, helf mir mal hoch! Ja, ich muss da raus! Ich hatte zwei HP! So! Komm Alpha! Ich konnte die Pillen noch nehmen! Ich hätte die nicht mehr nehmen können! Ich hab was gebrochen! Cool! Ich hab was gebrochen! Ich hab was gebrochen! Ich hab was gebrochen! Ich hab was gebrochen! Waffen! 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 Viele! Waffen! Incoming! Ich versammelnd! Hier gehts nicht weiter! Ich trau der Sache nicht! Ja, nehmt. Äh, okay, ich darf dich verrecken. Ah, sterben Leute, ernst. Hör ab, du nerven. Dave, deine Pipebombe wäre nicht schlecht. Nein! Smoker! Scheiße. Das genau ist gar nicht, weil er die ganze Zeit aufstehen und er verreckt sich. Ja. Ja. Das geht's gut. Nehmt. Ja. 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 Ah, f***, bin down. So, there I am, oh... Ich bin schon ehrlich, sei mit du, bist du. Sag mal, ist das nett? Noch nicht die Tür zu machen, noch nicht die Tür zu machen, kann ich denken. Ne, ne, ballern wir uns hier drinnen über den Haufen. Sag mal, hat jemand irgendwie ein Medipack für mich? Mir geht's nicht so gut. Naja, liegen noch welche. Okay. Ich hab, glaub ich, gerade 3 HP. Hm, äh... Schokolade? Ah... Wir halten Knochen, schaffen es nicht. Wo liegt... Ach, da... Nein, ein HP hab ich. Noch besser. Toll. Wir haben noch 37. 36. Wachs. 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 F*** dich! Jetzt kann ich mich nicht so... Boah... Scheiß wieder. Das doch halt. Waaaah! 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 Waaaah!